Willkommen 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 und 1,2,3,4,5 Herzlich willkommen zu einem neuen Video Willkommen 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 Ich wollte ein neues Intro machen Ich mach es trotzdem, ich stehe es durch und ich weiß es egal Willkommen 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 Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ihr habt gelesen wir haben 3x10er gehöffelt und das neue 285.000k Pack Ah ne das hat einfach 285k Pack Alarm Alarm Das war ein 45x80 Pack Zum Road to the Final Nein, Road to Knockout Ich hab keinem was die AEA denkt, wir haben noch einen Juli oder so Ich weiß auch nicht was die Männer vorhaben Aber wir haben die geöffnet Ich hab eins aufgemacht und noch andere von den Zuschauern Haar waren schon saftig, bin ich ehrlich Aber ich will nicht zu viel spoilern Lasst die Video gerne einen Daumen nach oben da Schreibt mir in die Kommentare ob ihr es aufgemacht habt Ob ihr generell die ganzen Shoppacks aufmacht Oder ob ihr die immer ignoriert Deswegen nicht aufladen, es draufhaben In meinem Hausgarten sind Laufnarben Verpiss dich und sprich mich nie wieder an, verstanden? 19 Uhr SBCs, was kam raus? Bruno Estefani Andresilva Agpom kam schon Andresilva ist neu 4-3 hat der 81 Pace 86 Schuss 87 Dribbling Schuss Dribbling ist gut Aber sein Pace hält kacke Deswegen weiß ich nicht Würde ich glaube ich nicht machen, oder? Außer es ist auch noch mal billig Dann 82, 83, 84 Ist okay, ist wirklich okay Also man glaubt, ich weiß nicht welcher Gruppe ist Sozidat gerade, ich hab's voll vergessen Wenn Sozidat aber weiterkommen kann Mit einer plus 2 könnte die Karte geil aussehen, Digga Wenn ehrlich, 4 Stars geht's 3 Sterne Weakfoot Aber ich pack die nicht an, Digga Dann gehen wir mal in den Shop rein Vielleicht irgendein neues random 500.000 3 Milliarden Coinpack? Der Goldmarkt kracht so rein Verkauft eure ganzen Goldschmiederchats Der Markt wird so kaputt gehen Die droppen einfach jeden Tag Digga Ein 45 x 80 plus Pack Was ist die Wahrscheinlichkeit? 10% ein UCL Road to Knockout zu ziehen 10% Okay, das heißt also quasi Eigentlich muss ich muss einziehen Ich muss jetzt meine allerersten Road to Knockout ziehen Wenn ich jetzt das Pick aufmache Mini Auch Mini Release kam auch noch raus Erste neu Leihmars neu Ja, Bayern kommt safe bei Chat, ne Wer die Karte mit allen Werten plus 2 Wäre trotzdem nicht so unnormal gut, oder Chat? Mertens Chat Uh, 4-4 Ja MLC2M Antritt besser als Dribble Sprint Tempo Boah, aber Mertens haben die 87 gegeben Digga Pedro Gonzalez kam raus Und die Karte juckt gar nicht Digga Er hatte ja nicht voll viel Pace War nicht irgendwie voll schnell Bro, Digga 80% Du öffnest nur viel Content, ne Ich sag grundsätzlich Ich mach diese Dinger nicht auf Ich will aber meinen scheiß ersten Road to Knockout haben Egal ob was Bitte einfach irgendwas Bitte Kein Road to Knockout Nicht was Special Ja IV Barca Jetzt manos die Spieler Aus einem 300.000 Coins Pac... Ja Sané Charazco Nice Nice Und wer ist die Hero Oooo Oh, yeah Ich hab PD gezogen Nice okay mal gucken was die kündiger das ist kein roto knockout italien ist gerade walkout was das denn warte mit guldiger wenn jeder ist okay für ein bisschen futter digga aber ansonsten ist es zweitlich gut er hat bei cpc erst mal wieder ein deutschland sturm werner digga wer ist das oh mein gott alex poppy die sirena zum glück habe ich bis jetzt nicht einmal gezogen bin ehrlich die sirena oh mein gott er wurde nicht angezeigt das ist so hell digga la porte des cartes das war der erste zuschauer la porte des cartes nein bernardo silva doppel walkout ja doppel walkout warte mal doch mein gott digga rodri ja digga rodrio bernardo silva das war's ehrlich es ist ein bisschen futter gezogen nicht mal ein doppel walkout digga ist der einzige walkout im pack weil ich weiß es wäre alaba okay hat er den trade nice okay das war gut alaba trader bin im verein sind auch nochmal 30 20k als ein ich glaube man sieht die animation erst ab 86 rating und das war ein krankes pack digga adoro kostet 80.000 digga und kann du kostet fast 200 glatt so einmal ein blutsch kommt ein blutschen nein 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 ja mal petron mit dem werde ich nie warm glaub ich egal wie lange ich dieses spiel spielen werde damit werde ich niemals warm ne ok nächstes 248 guard pack pack nach meinem pack ich hoffe einfach nur auf walkouts ich hoffe nur auf walkouts Das ist kein Road to Knockout. Mane! Ah, Walker! Walker und Kim Pembe! Also hätte er 3,8 Nachteile gezogen, wäre Walker trotzdem teurer. An sich! Okay, er geht rein! Ey, Road to Knockout! Störmer! Hä? A Pop! Oh mein Gott! Ey, das hat sich gerade so verwirkt, Digga! Sacker! 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 Mertens! Ey, das sieht so geil aus! Digga, ach du... Nein, Bro, das sieht so geil aus! Dybala! Mertens Pop! Ist ein gutes Pack! Das ist ein sehr gutes Pack, Digga! Tumori! Digga! Heizmaul! Heizmaul! 55.000 Coins! Komm noch einmal an die! Äh, wäre zu viel gewesen, Digga! Der nächste Road to Knockout EA, bitte! Eid Brutschi! Oh! Was wieder? Lenker Flügel! Eda! Und der Gabriel! Oh hell nah, Bro! Bardak, 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 G! Jaaa, Kolo und Lorente! Wie kann es sein, dass die manchmal voll gut sind und manchmal einfach Mülltonne! 3.000 Points! Die nächsten, Digga! Diese Packs sind so arsch! Bruder, kein Road to Knockout! Was ist die? Das ist kein Eda! Davius! Eda mit die Tau! Aber der einzige Walkout! Trotz der W! Eda ist stark! GG's, Digga! Guretzka, Choumini! Nein, nein, nein! Bua Guretzka? Choumini? Kein Mondi! Aber Nunes! Eda ist sehr, sehr geil! Alter ist hart! Erstmal C Modric! Muss Modric sein! Doppel Walkout aber! Ich sage Doppel Walkout! Ja! Es kommt noch mehr! Ich sage, eine Frau kommt! Pop oder... Pop oder Renat! Sag ich! Ach, Joshua, Digga! Gar nicht erkannt! Joshua, chemisch und mutliches Futter! Futter der Discos! Nice! Und Jamal Musiala, Digga! Halt zum Maul! Er kann sein Jamal Musiala verkaufen, Digga! Spam die Ws rein! Starkes Pack! Komm an, Bro! Ergleich! Fabio! Oh, Gero! Mit... Pop! Oh! Was? Machado! Das ist ein geiles Dreier am Spazier! Ein gutes Pack, Bro! GG's! Schauf auf einen, bitte! Ein Bonucci! Ey, wir haben den ganzen Tag einfach nur eine Road-to-Knockout-Animation gesehen! Um Dias! Warum ist dein FIFA auf Englisch? Um Dias ist nice! Ruben! 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 Und Pedro Gonçalves! Ich wusste, dass einer dahinter ist! Erst okay! Ein Road-to-Knockout und ein Walkout! Keine Road-to-Knockout! Keine Road-to-Knockout! Haaland geht gar nicht! Haaland geht gar nicht! Koppel-Knockout! Es ist Renat oder so! Renat, keine Ahnung, wer jetzt kommt, Digga! Im Miet oder so! Ah! Ederson! Und jetzt der Road-to-! Ich wusste es! Oh! Kuckuck! Ederson! Muldridge! Und die ganze Lidia! Warte mal! Warum ist sein Pack so gut? Und mein bester Mal auf Borte! Morgen bin ich erst um 18 Uhr oder 18.30 Uhr live! Ich habe aber morgen in die Geller Cup! Das allererste Turnier! Es geht um 2.000 Euro, ne? Ich will auch noch einen scheiß Support sehen! Lass gerne einen Daumen nach oben da! Und an die, die auf YouTube noch nicht folgen, lasst ein scheiß Abo doch auf YouTube, Digga! Haut rein! Bis 북land! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!